Willkommen zurück bei Let's Play Smashing, das geilste Spiel. Seht euch doch mal an wie geil es ist. Ja, ist das nicht das Beste? Das Beste? Seht, da hat die Blöcke verschwunden. Oh mein Gott, ist das krass. Ist das krass. Oh mein Gott, ist das heftig. Ich hab's doch noch nie in meinem Leben so was Geiles gespielt, ey. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Gibt's hier ein Kotzlevel, wo so Kotze angezeigt wird oder sowas? Ja, 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 ich habe leider keine Lust mehr auf dieses Let's Play, yeah. Ich hab keine Lust mehr, ich hab keine Lust mehr. Deswegen nehm ich jetzt die Dinger hier, die gehen da gar nicht weg. Äh, äh, es ist auch voll Dreck, äh, äh, ich deck und es schät, pep, pep. Ich schritt hier von der Scheiße, yeah. Ihr gebt mir einen Daumen runter, yeah. Ich hab keinen Bock mehr, das Let's Play ist zum Kotzen, yeah. Da, 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 äh, 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 ja, okay. Hi. Ui. Ui. Ich glaube, ich mache ein Let's Show von dem Spiel und dann zeige ich euch, wie ich die Level geschafft habe. Hier ist das, hier ist Level 14. Okay, das war Level 14. Gehen wir zum nächsten Level. Let's Show Level. Okay, hier ist Level 15. Okay, das war Level 15. Gehen wir zum nächsten Level, ey, das wäre echt viel besser. Wenn man wenigstens diese Steine hier abschlagen könnte, aber nein. Was haben sich die Macher von diesem Spiel gedacht? Ah, he, he, he. Diese Dinger, die, die machen wir jetzt hin, damit die Nutzer daran verzweifeln. Ah, 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 ah. So richtig, mit richtiger Dämonenstimmen, so. Ah, 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 ah. Und so mit finsterem Lachen, so. Ah, 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 ah. Ja, so Bösewichter, kennst du so Bösewichter aus Zeichendrückfilmen? So ungefähr, stell ich mir das vor. Oh Mann. Ja. Komm schon, noch dieser eine Scheißblock. Ah, warte, den müssen wir zweimal treffen. Oh Gott. Komm schon. Ah, 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 okay. Ein Leben bleibt uns nur noch und ist ein Teil, jetzt hier ist Yanka Kakimoto in der Haus. Ja, leider musste ich Kevin Bleier den, äh, hat sich Bleier, äh, Kevin Bleier die Kugel gegeben, weil er keine Lust mehr auf dieses Let's Play hat. Ja, und jetzt sehen wir, wir sind draufgegangen, aber ich nehme mir meinen Willen zusammen und schaue, was der Kevin alles gecheatet hat. Ja. Was haben wir da alles? Ne, der, ach, der hat da, der hat da kurz, äh, kein Wunder, ich wette, der hat vom ersten Level auf hierhin gecheatet, ne? Level 14 war's, glaub ich. Wings, ja. Gut, jetzt, äh, nehmen wir mal uns dieses Kacklevel hier vor. Mal schauen, was der Kevin, was, der Kevin Let's Play da für Probleme gehabt hat. Ah, ja, okay, das erklärt schon mal vieles. Aha, das erklärt auch schon mal vieles, ne? Ja. Aber ich bin ein Kacka Kimoto, ich spiele solche scheiß Spiele, ja. Okay, ich mach's mal nochmal. Wings. Okay, das war jetzt gerade nur eine Testversion, ja. Mich kann natürlich niemand, äh, aufhalten, was Let's Play angeht. Ich bin der Beste, ich bin besser als Gronkh und Chuck Norris zusammen, ja. Ja, ja, gut, äh, was machen wir jetzt, äh, ja, äh, gut, ja, äh, ja, äh, was soll ich da so sagen, ne? Diese Blöcke, die, äh, ja, äh, ist ziemlich geil das Spiel, ne? Ja. Gut, äh, ja, okay, äh, machen wir mal, äh, nehmen wir mal diese Teile hier weg, genau. Nehmen wir mal diese Scheiße hier weg, ja, gut. Äh, nehmen wir mal diesen Mist hier weg, ja, äh, zack, 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 ja, äh, zack, ja, 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 jetzt, ja, jetzt kriegt man das Teil wahrscheinlich nicht, natürlich, natürlich, war das nicht zu erwarten, oh mein Gott, ist das geil, das beste Spiel aller Zeiten, ja, okay, äh, weil ich Yankakakimoto bin, muss ich sowas machen, yeah, ja, besucht meinen Channel, ich hab auch einen Channel auf YouTube, ja, okay, äh, dann nehmen wir mal diese Teile hier, ja, gut, jetzt haben wir zwei Bälle und was bringt uns diese Schose hier, na toll, jetzt haben wir nur noch einen einzigen, ist das nicht geil, yeah, 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 ja, gut, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorhin schon waren, yeah, na komm schon, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das geil, yeah, yeah, weil ich Yankakakimoto bin, werde ich dieses Scheißler wieder schaffen, ja, komm schon, oh Mann, 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 Ich will doch nur diesen Block daheim haben. Nur diesen. Nein, so klappert der Kante vorbei. Ja. Nein. Ja. Ja, Yankakimoto hat es geschafft. Hä, Yankakimoto? Hä, warte, hä, du hast es geschafft. Ja, habe ich. Ja, weil ich so hart bin, ich bin härter als du. Ja, du Loser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe dafür... Och, egal. Okay, dann mache ich weiter, lass mich mal ran. Hey, nein, 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 ich mache jetzt weiter, ja? Du hast ausgespielt. Das ist jetzt mein Display, okay? Ja, aber, nichts, aber. Geh raus aus deinem Zimmer. Ja, das ist mein Zimmer. Also gehst du jetzt raus. Also, hau ab. Okay, okay, okay. Ja, wer ist Yankakimoto? Okay. Also, was hat der Yankakimoto jetzt gemacht? Das ist, okay, Castle, was? Castle, das soll eine Castle sein. Sieht aus wie ein Rotz. Das ist eine Castle, ja. Ein Rotz, ein Rotz-Castle ist das. Ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja, okay. Anscheinend hat Yankakimoto da alle Leben verschwindet, um mich zu ärgern. Naja, aber wir haben zum Glück das Passwort. Ich habe mich zum Glück jetzt wieder beruhigt nach diesem Scheiß-Level. Castle. Castle. Jut, also, Castle. Level 15 erst, oh mein Gott. Das Spiel hat 40 Level. Ne, 45 Level haben wir das Spiel. Also haben wir das Spiel gerade mal zu einem Drittel durch. Oh Mann, das kann auch lange dauern. Und das ist langsam kein Video-Let's-Play mehr. Langsam wird es um den ernsthaften Let's-Play, solange das dauert. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, da rein. Ja, 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 ja. Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Ich will das. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alter, soll ich hier jetzt ab? Ey, geil. Mein Spielspaß ist zurück. Ja, ja. Mein Spielspaß, ja. Nein, oh Gott. Mein Spielspaß ist weg. Kann man die Teile irgendwie abknallen? Nein, die verschwinden sofort. Ist ja geil. Ja, das werden wir schaffen, das werden wir schaffen. Wir, ja, Tube. YouTube. Also nur die Tube halt, ja. Deine Tube. Also heißt YouTube deine Tube. Das ist nicht YouTube. Das ist irgendein Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Oh Gott. Äh. Ich will sagen, nach dem Level mache ich Schluss erstmal. In Level 16. Oder Level 17 werden wir es schaffen. Aber ich glaube eher nicht. Ich will sagen, ich will es machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon zum hundertsten Mal. Nehm ich an. Nein. Oh nein. Speedball. Wie der Cheatball. Speedball will Cheatball. Gibt's das eigentlich ein Spiel, das Cheatball heißt? keine Ahnung ist so ein Let's Play äh Quatsch Let's Play ist so ein Game wo der Ball irgendwie vercheatet ist keine Ahnung ich glaube das heißt schon Cheatball das Spiel Cheatball das ist eng das heißt in Wirklichkeit Cheatball auf Englisch und Smashing ist so eine Abkürzung äh ist so ein eine Übersetzung aus einem anderen Land ich glaube das kommt eher aus ähm äh Smashing also ein chinesisches Spiel Smashing deswegen ist da auch ein Stern das ist dieses chinesische Volksrepublik Zeichen ja genau ein chinesisches Spiel also heißt das Spiel Cheatball in Englisch und auf Chinesisch heißt es Smashing wir können das Spiel sogar noch schaffen also ich meine das Level das Spiel das müssen wir wahrscheinlich schaffen oder ich werde es abbrechen wenn es mich wirklich noch weitere Zweifel dann breche ich es ab ok das nächste Level pfff das nächste Level ist Magic das ist Level 17 und ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause bis dann tschau 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 tot in sie esos